Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. So, wir befinden uns jetzt schon in der achten Woche. Ja, wie die Zeit verfliegt. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, das Depot wurde am 5.7.2021 bei einem DAX-Stand von 15.619 mit 25.000 Euro gestartet. Mein Ziel ist es unter anderem zu zeigen, dass man auch bei DAX-Hülschständen bzw. zu jeder Zeit ein Depot aufbauen kann. Bis jetzt habe ich 46 Aktien analysiert. Davon sind 25 ins Depot gekommen, teilweise über den Umweg-Watchlist. 15 befinden sich aktuell auf der Watchlist und 6 sind durchgefallen. Naja, was heißt durchgefallen? Sie sind für mich jetzt nicht so interessant, dass ich sie weiter beobachte und daher packe ich sie halt weg. Falls ihr euch für die Analysen interessiert, geht einfach auf die Kanalhauptseite unter Playlist oder hier unter dem Video in der Beschreibung ist ein Link, der euch ebenfalls dahin führt. So, mit dem Format Depot-Update, das ich am Wochenende mache, will ich die Woche ein wenig aufarbeiten und zeigen, was sich in meinem Depot getan hat. Natürlich schaue ich mir auch ein wenig die Unternehmen doch mal an. Schließlich soll man seine gekauften Aktien ja nie aus dem Auge verlieren. Dazu dann gleich ein paar mehr. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Markt. Was hat sich in der Woche beim DAX getan? Wir sind bei gut 15.826 Punkten gestartet und der DAX, der schloss dann bei 15.851 Punkten. Die Spanne lag dann in der Woche zwischen 15.713 und 15.924 Punkten. Auf Wochensicht gewann der DAX also gut 0,16%. Unterm Strich, ja, ist in dieser Woche also so gut wie nichts passiert. So, dann starten wir mal das Depot-Update. Viel Spaß damit. Dann fangen wir mal an. Diese Woche hat sich nicht nur am Markt etwas getan, sondern auch in meinem YouTube-Depot. Gleich zwei Aktien kamen komplett neu ins Depot. Diesmal habe ich keine Aktien von der Watchlist gekauft. Es gibt aber schon ein, zwei Kandidaten, die langsam interessant werden. Manchmal ist Abwarten eine gute Maßnahme, um etwas billiger in einen Wert reinzukommen. Also habe ich die Geduld. Dazu dann aber nachher mehr, wenn wir uns die Watchlist bei den Datenblättern ansehen. Diesmal habe ich auch nicht vergessen, die aktuellen Kurse einzutragen. Nicht so wie letzte Woche. So, daneben habe ich noch kleinere Optimierungen vorgenommen und auch gesplittete Einstiege für vollständig. Wie vorhin schon gesagt, befindet sich aktuell 25 verschiedene Aktien in meinem Depot. Ich finde eine doch ganz gute Anzahl für einen so kurzen Zeitraum. Die Details zeige ich dann gleich, wenn ich über die News spreche. Ich möchte noch einmal auf das Strategie-Update-Video hinweisen. Wer nicht versteht, was ich hier mache, der sollte sich das Video unbedingt ansehen. Dort erkläre ich, warum ich die Optimierung vornehme. Danach sollten eigentlich alle Fragen geklärt sein. Den Link zum Video habe ich übrigens für alle Interessierten unten in der Beschreibung noch einmal verlinkt. So, ich blinde dann mal das Depot ein. Den Rest erzähle ich dann im Anschluss. So, wir haben jetzt das Depot hier. Ihr seht, der aktuelle Stand, das ist jetzt der Stand von Freitagabend, ist aktuell bei 26.110 Euro. So, ich scroll mal einmal runter, damit ihr alle Werte seht. Rechts die Prozentzahl. Das ist die Prozentzahl, die der Kurs bzw. der Depotwert im Plus oder im Minus ist seit dem Einstand. Der Einstand, der kann natürlich auch nach der Optimierung erfolgt sein. Aber so ist zumindest der Einkaufsbetrag bzw. die Entwicklung nach dem Einkauf. Ich scroll jetzt runter, damit ihr alle Werte seht. Eigentlich seht ihr, dass fast alle Werte schön im grünen Bereich sind. Ein paar kleinere Ausnahmen gibt es noch. Wie zum Beispiel jetzt eine Verizon oder eine Unilever, eine Merck oder eine AT&T. Das sind aber alles Bereiche, die noch nicht in der Größenordnung im Minus ist, dass ich da irgendwo Ambitionen hätte, um Optimierung vorzunehmen. So, ich scroll weiter und dann kommen wir schon am Ende an. Ihr seht, ich habe noch 11.295,24 Euro auf dem Konto. Das ist das Geld, was ich aktuell noch investieren kann. Ich glaube, beim nächsten Depot-Update-Video müsste eigentlich schon die Einzahlung für den nächsten Monat mit dabei sein. Also, es kommt weiteres Geld hinzu. So, dann gehen wir wieder hoch. Ich zeige noch einmal kurz die 5-Tages-Sicht, damit ihr seht, wie sich das Depot entwickelt hat innerhalb der letzten Woche. Er schaltet natürlich nicht um. Doch, jetzt schaltet er um. So, ihr seht, dass er am Anfang erstmal runterging und dann im Laufe der Woche schön nach oben lief und dann ein bisschen einbrach und am Freitag wieder zurückkam. So, dann würde ich sagen, ja, schauen wir uns mal die einzelnen Aktien an. Ich bin ja kein Freund davon, Aktien zu kaufen und dann einfach liegen zu lassen. Je nach Newslage will ich dann halt meine Käufe neu überdenken und dann gegebenenfalls auch anpassen. Fangen wir als erstes mit der Allianz an. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da haben wir sie. So, ich schalte mal auf 5-Tage-Ansicht um. Ja, ein paar News gab es jetzt hier zu der Allianz. Oliver Beete wird nach dem Ärger um die Allianz Global Investors den Vorstand umbauen. Also, hier rollen jetzt ein paar Köpfe. Und ja, ansonsten haben wir noch eine Meldung gehabt. Bei der Allianz betraf die Flutschäden. Die sind wohl doch höher wie gedacht. Also, die insgesamten Flutschäden. Insgesamt ist ein Versicherungsschaden von rund 7 Milliarden Euro entstanden. Aktuell geht der Markt von einer Schadenshöhe bei der Allianz von 400 Millionen Euro aus. Die Aktie selber, ich, ja doch, ist jetzt auf 5-Tage-Ansicht, die Aktie selber reagierte an den beiden Folgetagen nicht negativ auf diese News. Das war am Anfang der Woche gewesen. Da hat sie sich auch auf dem Niveau gehalten. Also, das war jetzt nicht hier unten, wo sie runtergingen, sondern hier am Anfang der Woche kam diese Meldung raus. Und die müsste eigentlich jetzt eigentlich verarbeitet und eingepreist sein, diese Meldung. Also, deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass irgendwo da noch größere Kursbewegungen kommen. Und um ehrlich zu sein, die 400 Millionen, die waren ja vorher auch bekannt. Ich hatte eigentlich im Vorfeld eigentlich immer wieder irgendwas gehört von 500 Millionen, die sogar vermutet worden sind. Und 400 Millionen finde ich da jetzt sogar ein Betrag, der besser ist. Naja, auf jeden Fall dürfte diese News eingearbeitet sein. Und deswegen haben wir da wahrscheinlich auch keine großen Probleme. Dann gab es noch von Fitch eine Meldung. Fitch hat nämlich die Bonität des Deutschen Versicherungskonzern Allianz bekräftigt. Das Finanzstärke-Wating liegt unverändert bei AA. Also, alles in Ordnung, soweit bei der Allianz. Dann kommen wir als nächstes zu der Anhäuser Busch. Da bin ich ja erst mit dem ersten Fuß drin. Da habe ich ja gesagt, den Einkauf, den splitte ich. Ich zeige sie euch nur kurz. Ich hatte noch nicht den Moment gefunden, wo ich mit der zweiten Hälfte reingehe. Und dementsprechend hat sich jetzt hier noch nichts großartig getan. Als nächstes kommt dann die AT&T. Die haben wir hier. So, auf Wochensicht sehen wir, dass sie immer weiter runter ging. Wie schon in der letzten Woche, es gab keine relevanten News. Deswegen bin ich da jetzt auch sehr entspannt und freue mich darüber, dass es runter geht. Warum freue ich mich? Na, weil ich halt meine Optimierung vornehmen kann. Hier habe ich optimiert. Und ich habe die Anzahl von 24 auf 28 Stück jetzt erhöht. Also, ich komme immer höher mit meiner Stückzahl. Mittlerweile habe ich einen Einstandskurs von 23,41 Euro. Und ich bin jetzt mit 28 Aktien drin. Man muss natürlich immer noch bedenken, dass hier der Abschlag noch vom Freitag-Endkurs angezeigt wird. Und bei den ganzen Kursen muss man immer mit berücksichtigen, dass am Freitag, sobald der Handel zu Ende ist, der Spread zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis natürlich nach oben geht. Wie ihr hier auch seht, ist der aktuell bei 22,95 und 23,05. Und normalerweise, wenn der Handel eröffnet ist, dann ist der Spread viel, viel, viel kleiner. Also, bei den Endkursen ist ein bisschen noch Verschiebung des Kurses noch mit drin. Und dadurch, dass ich halt ein paar Cent jetzt höher liege als kurz vor Handelsschluss, ist natürlich jetzt auch der Fehlbetrag von 12 Euro. Sieht ein bisschen größer aus. Aber es sind 12 Euro, das ist ja gar nichts. Dementsprechend. Also, alles in Ordnung hier. Ich baue meine Position weiter auf. Und freue mich, wenn die AT&T noch ein bisschen runterkommt. Vor allem, wenn keine Meldungen da sind. Und die Bewegung einfach so nach unten läuft. Weil, dann nutze ich das nämlich als Gelegenheit, um hier weiter meine Position aufzubauen. So, dann haben wir die Baidu. Ich mache mal kurz auf 5-Tages-Sicht. Ja. Baidu attackiert jetzt Tesla mit der künstlichen Intelligenz. Baidu plant einen großen Wurf bei den selbstfahrenden Elektroautos. Es wurde dann auch in dieser Woche ein Robo-Car vorgestellt. Und das Roboter-Auto-Programm Baidu Apollo hat bereits 400.000 Fahrten durchgeführt. Also, die kommen hier auch Schritt für Schritt voran. Und man geht davon aus, dass im Jahr 2030 60% des Taxi-Marktes in China aus selbstfahrenden Fahrzeugen besteht. Ja. Und Baidu ist da schön mit drin. Und ich mache mal einmal kurz auf Monatssicht. Da sieht man auch den Verlauf, wie die Aktie dann halt auch runterging. Und dann jetzt bei der China-Erholung, die jetzt am Anfang der Woche war, ist sie auch schön mit nach oben gelaufen. Ich sehe das immer noch als ein super Unternehmen an. Vor allem, weil sie ja nicht nur die Suchmaschine haben, sondern auch hier in dem Bereich künstliche Intelligenz gut vertreten sind. Und ich glaube, das ist für die Zukunft ein sehr, sehr guter Wert, der noch so einiges Potenzial in sich hat. So. Dann kommen wir zur Baric Gold. Tada. Ich mache mal die Wochensicht. Einmal kurz die Monatssicht. Dann sehen wir auch, dass der Kurs ja hier runterkam. Aber mittlerweile erholt er sich. Und man sieht auch, dass sich jetzt höhere Tiefs ausbilden. Und ja, es beruhigt sich jetzt alles wieder. Ich komme einmal kurz runter, damit ihr meine Einstände seht und die Anzahl der Aktien. So gab es jetzt hier bei Baric Gold keine relevanten News. Hier muss man natürlich immer auf den Goldpreis gucken. Der Preis ging diese Woche schön nach oben. Von gut 1776 Dollar auf jetzt wieder über 1800. Nämlich auf 1816 Dollar. Also auch hier haben wir eine schöne Erholung gesehen. Und wenn man die Wochensicht sich anguckt, hat dann die Baric Gold auch 0,69 Prozent zulegen können. Also hier ist auch erstmal alles im Lot. Meine Position ist ja noch relativ am Anfang hier. Und da warte ich einfach mal ab. Das soll ja auch nur mein indirekter Goldanteil sein. Also hier lassen wir auch erstmal alles schön laufen. Dann kommen wir zur BASF. Ja, BASF-Vorstand Michael Heinz erwartet einen großen Schub durch das US-Konjunkturpaket. Also hier könnten die nächsten Zahlen über die nächsten 1, 2, 3 Jahre auch relativ gut sein. Weil sich der BASF-Vorstand halt sehr positiv ausgedrückt hatte über die Umsatzentwicklung gerade in den USA. Konjunkturpaket soll ja riesig werden, wenn es mal durchkommt. Es ist ja noch nicht raus, ob, wann und wie hoch es ist. Aber es wird auf jeden Fall einiges an Geld da reinfließen. Und davon wird BASF auch seine Ecke abbekommen. Vor allem vom Ausbau der grünen Technologie wird BASF wohl profitieren. Und ja, da kann man sich als Aktionär natürlich auch ein bisschen positiv überraschen lassen, was da noch kommt. Aktienkurs ist diese Woche ganz gut gelaufen. 1,25 Prozent auf, nee, Entschuldigung, 1,92 Prozent auf Wochensicht ist sehr hochgegangen. Alles soweit gut. Ich bin im Plus. Ich sehe momentan keinen Handlungsbedarf. Falls er runterkommt bei der Newslage, bin ich gerne dazu bereit, die Position weiter aufzubauen. So, dann haben wir als nächstes, da muss ich runterscrollen, weil das ist einer der Aktien, wo ich gerade erst mein erstes Füßchen reingesetzt habe. Die BHP Billiton. So, ich mache mal auf 5-Tages-Sicht. So gab es hier auch keine relevanten News. Außer einer Sache, die ich dann gleich bei Rio Tinto bespreche. Ich muss das ja jetzt nicht, wenn es bei mehreren Aktien zutrifft, überall besprechen. Hier sage ich jetzt erstmal dazu, dass ich hier meinen ersten Split-Kauf gemacht habe und ich bin jetzt mit 10 Aktien vertreten. Und sobald sich eine gute Möglichkeit ergibt, werde ich hier die Anfangsposition, so wie auch in der Analyse besprochen, dann halt auf meine volle Einstandshöhe nacharbeiten. Sobald die Kurse da sind, die ich für gut finde. Covestro, natürlich genau andere Seite, ganz oben. Aktuell dickste Wert, 5% im Plus. Wochensicht, auch hier sehen wir, dass es wieder schön nach oben geht. Man sieht auch, ich sage mal, das Beispiel von letzter Woche mit den Zyklikern, dass da natürlich auch viele rausgegangen sind. Jetzt kam die dementsprechende Gegenbewegung, die Erholung, gerade auch von den zyklischen Werten. Covestro auch davon betroffen. Natürlich sind sie genauso wie BASF auch sehr optimistisch, was den US-Markt betrifft. Und ansonsten gibt es hier keine relevanten News. Ich bin jetzt bei 43 Euro im Plus. Aktie hat sich gut erholt. Auf Monatssicht sehen wir, es gab dieses Down letzte Woche, was ja durch die Umschichtung vor allem kam, wegen der Umschichtung von den zyklischen in defensiven Werten. Jetzt haben die Leute wieder Mut gefasst und sie wieder zurückgekehrt. Also man darf sich da auch nicht nervös machen lassen, wenn mal so eine kurze Down-Phase kommt. Oftmals erholt sich das auch relativ schnell wieder, so wie wir das auch hier gesehen haben. Also hier sehe ich auch keinerlei Handlungsbedarf. Ich lasse den Wert einfach mal laufen. Ist ja auch aktuell mein Dickster. Und dementsprechend muss ich da jetzt auch nicht noch mehr Geld reinschießen. Dann kommen wir zu meiner nicht actionreichen Crop Energy, die sich versteckt. Wo versteckt sie sich? So, da haben wir sie. Auf Wochensicht sehen wir auch, es ging mal hoch, teilweise in der Spitze bis 10,52 Euro. Dann ging es mal wieder ein bisschen runter. Aber das ist ja sowieso ein Wert, wie man auch hier sieht. Sie läuft einfach mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Hier gibt es auch keine relevanten News. Deswegen gehen wir hier auch schnell jetzt wieder raus. Dann kümmern wir uns lieber um die Daimler. Die Daimler-Aktie ist hier. Da bin ich noch nicht mit meinem zweiten Split-Einkauf drin. Die Gelegenheit hat sich noch nicht ergeben. Warum seht ihr hier auch auf Wochenbasis? Es ist eigentlich relativ, ja gut, einen kleinen Down gab es mit knapp unter 70 Euro. Und danach ging es wieder schön hoch. Und das, obwohl Daimler weitere Kurzarbeit wegen des Chipmangels, ja, wieder vermeldet hatte. Und, ja, die Kurzarbeit wird jetzt wieder ein bisschen ausgeweitet. Ja, mittlerweile scheint der Markt diese News nicht mehr ganz so relevant zu sehen, beziehungsweise negativ einzupreisen. Man hat sich, glaube ich, damit jetzt mittlerweile auch abgefunden. Wichtig sind ja dann auch dann die Zahlen, die dann irgendwo gemeldet werden. Und wenn irgendwann der Chipmangel mal vorbei ist, werden irgendwo auch Nachholeffekte kommen. Und das sehen die Leute wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile so. Denn wirklich ein Kursrutsch wegen einer Meldung bezüglich der Kurzarbeit haben wir jetzt hier auch nicht mehr gesehen. Für mich auch eine Position, wo ich jetzt erstmal abwarte, bis es ein bisschen runter geht. Und wenn ich nochmal einen Down erwische, bin ich sofort mit meiner zweiten Einstandssumme drin. Und dann bin ich auch erstmal so weit in den Wert vertreten, dass ich dann, ja, erstmal weitere Zahlen und Meldungen erstmal abwarten würde. Aber noch habe ich nicht die Gelegenheit. Noch bin ich erst mit 400 Euro drin. So, ein Wert, den wir auch ganz schnell abhandeln könnten. Heidelberg Zement. Auch einen schönen Wochenverlauf. Hat sich jetzt nicht so dermaßen viel getan, aber immerhin auf Wochenbasis 2,1% drauf. Hier gab es auch keine direkten News. Auch ein Wert, der durch die Umschichtung betroffen war, von den zyklischen raus in die defensiven Reihen. Man sieht auch hier, auf Wochenbasis hat sich das wieder ein bisschen erholt. Und auf Monatsbasis sind wir eigentlich plus minus 0. 0,16 ist ja nichts. Also, lassen wir auch weiterlaufen. Noch ein Wert. Oh, jetzt dreht sich ja alles. So, noch ein Wert. Lockheed Martin. Da kam ich jetzt auch noch nicht mit meiner zweiten Position rein. Hier warte ich immer noch darauf, dass ich mal so knapp unter die 300 Euro dippe, damit ich dann halt den Einstand vervollständigen kann. Wir haben aktuell keine kursrelevanten Nachrichten und dementsprechend kann ich hier nicht viel berichten. Ja, 1,70 Euro im Minus. Mein Gott, gibt es halt eine Pommes weniger. So, alles gut soweit. Jetzt kommen wir mal zu einem Wert, wo ein bisschen mehr zu melden ist. Und zwar ist es die Merck und Co. Man sieht auch auf Wochenbasis, dass es hier von 67 runterging auf 64. Also ein relativ gleichbleibender, ja, sinkender Kursverlauf. Hier gab es ein Forschungsflop bei Merck. Ein Krebsmittel ist wohl in der Phase-2-Studie gescheitert. Seit Ende 2019 hat sich die Zahl der Phase-1-Studien von 11 auf 8 und die Zahl der Phase-2-Projekte von 18 auf 8 verringert. Hier muss man natürlich schauen, wie es weitergeht. Also auf die aktuelle Entwicklung des Merck-Pharma-Geschäfts hat die Serie an Fillschlägen noch wenig Einfluss. Die Zahlen sind ja auch soweit noch okay. Ich habe hier diese Woche beide Split-Käufe getätigt und bin nun mit meiner Einstiegssumme drin. Insgesamt sind es 10 Aktien. Mein Einstandskurs ist 64,87 Euro. Und ja, da warte ich jetzt erstmal ab. Man sieht ja auch bei der Aktie, dass es immer hoch und runter ein bisschen geht. Wie gesagt, die Meldung selber, dass wieder ein Fehlschlag kam bei der Erforschung von einem neuen Medikament, ist natürlich nicht schön. Aber das restliche Geschäft läuft ja erstmal noch soweit gut weiter. Und hier muss man natürlich abwarten, was die Zukunft so bringt. Lass uns mal überraschen. So, dann haben wir als nächstes, wir wollen ja auch jetzt hier mal ein bisschen Gas geben. Die Münchner Rück, so, 77 Euro im Plus, das sieht doch mal ganz gut aus. So, hier sieht man auch, dass der Kurs wieder leicht runtergegangen ist auf Wochenbasis. Das sind jetzt auch keine großen Welten auf Wochenbasis. Sieht steiler aus, wie es in Wirklichkeit ist. In der Spitze im Tief sind wir 2,6% runtergelaufen. Ich würde mich da jetzt nicht nervös machen lassen, weil wenn ich auf die Monatssicht umschalte, sieht man ja alles kein Problem. Sie ist ja gut gelaufen in den letzten Monaten oder Wochen. Und dementsprechend ist es jetzt einfach nur eine leichte Korrektur. Wir haben auch noch eine positive Meldung von der Bärenberg Bank. Und die hebt das Ziel für die Münchner Rück auf bei mit einem Kursziel von 317 Euro. Also, da sind von 251 ausgerechnet noch jede Menge Platz. Und dementsprechend stimmt mich das recht froh, dass ich drin bin. Und ich sehe da momentan auch keinen weiteren Handlungsbedarf. Es gab auch keine weiteren negativen News, dass Münchner Rück gesagt hätte, oh mein Gott, wir haben jetzt doch eine erhöhte Flutkatastrophenbeträge, die wir als Rückversicherer bezahlen müssen. Und deswegen geht es uns besonders schlecht. Da kam gar nichts. Da ist auch soweit, glaube ich, alles eingepreist. Und wenn nicht und wenn irgendwelche, ich sage mal, Zahlen der Münchner Rück bekannt sind, die anders aussehen, wie die aktuell Vermeldeten, dann sind sie ja ad hoc-pflichtig. Und dann müssen sie das auch sofort raushauen, bis jetzt kam nichts. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass erstmal alles okay ist. So, dann kommen wir ab nach China zu Ping'an in Suwenz. Auf Wochensicht, wir sehen auch, es geht mal hoch, es geht mal runter, dann geht es mal wieder hoch. Auf Monatssicht sind wir natürlich dann immer noch, wie bei den meisten China-Aktien, im Minus. Ping'an in Suwenz hat Quartalzahlen gemeldet. Das EPS lag bei 2,28 Yuan, das sind 30 Cent. Im letzten Jahr hatte Ping'an in Suwenz einen Gewinn von 2,33 Yuan, waren 31 Cent, also 1 Cent weniger je Aktie. Das ist natürlich nicht so schön. Man muss dann jetzt die nächsten Quartale mal abwarten und schauen, ob sich der Trend fortführt. Da die Aktie aber sehr günstig bewertet ist, sehe ich hier noch keine großen Probleme. Hier habe ich eine Optimierung dann auch vorgenommen und bin jetzt mit meiner zweiten Hälfte vom gesplitteten Einkauf vollständig eingestiegen in den Wert. Ihr seht, ich habe 75 Aktien zu einem Einstandskurs von 6,97 Euro. Und unter 7 Euro, da fühle ich mich dann erstmal wohl. So, dann kommen wir zur ProSiebenSat.1. Auch hier die 5-Tages-Sicht und es tat sich nichts. Also auf Wochensicht haben wir zwar, aber das war ja nur durch den tiefen Einstand. Wir haben uns sehr schnell schon am Montag erholt. Und danach ging es eigentlich nur noch seitlich. Es gab keine relevanten News und dementsprechend hauen wir hier ganz schnell ab. So, dann kommen wir zu Rio Tinto. Auch hier die 5-Tages-Sicht. Hier ist ja immer noch das Thema mit den weiter sinkenden Preisen für Eisenerz. Durch eine voraussichtlich geringere Stahlproduktion in China in der zweiten Jahreshälfte. Auch hier muss man dann auch mal weiter abwarten. Ich muss mal einmal kurz was machen. So, aber das ist ja auch kein neues Thema, beziehungsweise keine neue Nachricht. Das ist ja schon eine Sache, die ein paar Tage bekannt ist. Und ein Thema bleibt jetzt allerdings bei Rio Tinto genauso wie BRP Billetten. Auf Monatssicht sehen wir auch, dass das eigentlich jetzt mittlerweile eingepreist sein müsste. Also zumindest der aktuelle Stand. Alles Weitere wird man dann abwarten müssen. Momentan stehen ja beide Firmen ganz gut da. Die Zahlen waren super gewesen. Und haben ja ihre Aktionäre auch immer gut belohnt mit Dividenden. Und das sind beides Basiswerte für mich, die in jedes Depot reingehören. Und da gehe ich auch gerne noch auf die größten Vertreter dieser Branche. Und das ist in meinen Augen unter anderem halt Rio Tinto und BRP. Und dementsprechend, wenn es mal ein bisschen tiefer gehen sollte, weil jetzt zum Beispiel die Preise für das Eisenerz runtergehen sollte und der Markt das dann halt immer mehr einpreist, ob jetzt die Zahlen das bestätigen oder nicht. Manchmal ist der Markt ja auch ein bisschen anders drauf. Dann werde ich auf jeden Fall jeden Rückgang nutzen, um meine Position so aufzubauen, dass ich dann also in der Zukunft dann irgendwann auch mal mit meinem Maximalbetrag drin bin. Jeden Kursrücksgesetzer nehme ich hier gerne dankend auf. So, dann kommen wir zu einer meiner Lieblingsaktien. Nämlich zur Royal Dutch Shell. So, Shell unterzeichnet den ersten Erdgasliefervertrag in Brasilien. Also auch hier können sie, ich starte mal kurz auf fünf Tage um, auch hier können sie dann halt ihre Aktivitäten erweitern. Diesmal in Brasilien. Dann hat Royal Dutch Shell eine Übernahme vermeldet. Sie haben, ja, Inspire Energy Capital gekauft. Das ist ein Einzelhändler für erneuerbare Energien. Also auch hier verstärken sie sich weiter. Natürlich sollte man dann auch immer auf den Ölpreis schauen. Wir sind ja bei Royal Dutch natürlich immer mit einem Auge beim Ölpreis. Der ist diese Woche mal so richtig gut gelaufen. Von gut 66 Dollar ging es dann bis 72,55 Dollar hoch. Die starken Verluste der Vorwoche wurden also mehr als wettgemacht. Ich hatte ja letzte Woche ja auch schon gesagt, man darf sich davon nicht nervös machen lassen. Fünf Dollar hoch, fünf Dollar runter beim Ölpreis sind ganz normal. Und das nimmt dann auch eine Aktie wie Royal Dutch Shell in dem Maße auch mit. Jetzt sind wir wieder hochgelaufen. Und wenn man die Zwei-Wochen-Sicht sieht, ist beim Ölpreis eigentlich nicht viel passiert. Weil wir kamen von 70 kurz runter auf 65, jetzt wieder hoch auf über 70. Und wichtig ist allerdings bei Royal Dutch immer nur, dass wir über 50 Dollar einen Ölpreis sehen. Weil das ist so ungefähr die Grenze, wo Royal Dutch richtig Knete verdient. Und dementsprechend, wir sind da weit drüber. Und dementsprechend sind wir bei Royal Dutch auch auf der sicheren Seite, dass sie auch die nächsten Quartale recht gute Zahlen melden. Ein Grund für den Kursanstieg des Ölpreises wurde auch genannt. Es liegt wohl an einem Tropensturm, der Kurs auf die Öleinrichtungen am Golf von Mexiko nimmt. Mehrere Ölunternehmen hatten begonnen, ihre Plattformen zu evakuieren und die Produktion zu unterbrechen. Also wird weniger Öl auf den Markt kommen und somit steigt dann anschließend der Preis. Manchmal kann es so einfach sein. So, dann kommen wir zur RWE. Auch hier die 5-Tages-Sicht. Das sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber es ist unter dem Strich, dadurch, dass wir am Anfang gestiegen sind, jetzt 2,79% Minus. Eigentlich gab es gute Meldungen bei RWE. RWE will in Japan schwimmende Windkraftanlagen errichten. Die Z-Bank hebt fairen Wert für die RWE auf 39 Euro und zerkaufen. Und dann haben wir auch noch eine Meldung, RWE realisiert 200 Megawatt Solarprojekt in den USA. Also negative News gab es nicht. Wenn ich hier auf Monatssicht schalte, wird einem auch klar, warum der Wert runterging diese Woche. Es ist einfach eine Konsolidierung. Der Wert, der muss jetzt einfach mal durchatmen nach dem starken Anstieg. Schaut mal, wir kommen hier von unter 30 Euro, sind dann hochgelaufen mal eben innerhalb von wenigen Wochen. 10% plus und jetzt ist einfach mal durchatmen angesagt. Also den Wochenverlauf einfach mal so hinnehmen. Wir sind gut dabei bei der RWE. Ich bin mittlerweile auch mit 96 Euro im Plus. Alles wunderbar laufen lassen. So, dann kommen wir zu einem Wert, wo wir auch ganz schnell wieder weg sind. Bevor sich der Wert erschreckt, das ist nämlich die Schäffler. Ja, die Schäffler, die, ich mache mal Monatssicht, das ist ja zum Verzweifeln. Es gibt keine relevanten News. Es tut sich eigentlich auch nicht viel bei der Schäffler. Und bei der Schäffler warte ich immer noch auf einen Einstieg, beziehungsweise auf einen Einstiegskurs, wo ich zuschlagen kann mit meiner zweiten Tranche. Sie ist noch nicht gekommen. Wir dümpeln immer noch ungefähr auf dem gleichen Niveau rum. Wie ihr seht, das ist nichts. 2% hoch, 2% runter. Ich will ein bisschen stärkere Bewegung nach unten sehen. Jetzt nicht irgendwie 10, 20%, aber wenigstens so 5, 6% mal runter unter meinem ersten Einkaufskurs, damit ich halt die zweite Tranche tätigen kann. Es macht jetzt keinen Sinn für mich, auf dem gleichen Niveau wie beim ersten Kauf den zweiten nachzuschieben. Ich möchte, wenn ich Splitter dann auch zumindest einen Effekt haben, dass ich entweder nach oben hin eine Bestätigung bekomme, schadtechnisch, dass es jetzt weiter hoch geht, dass ich dann mit dem zweiten einsteigen kann. Oder halt, wenn es runter geht, dass ich dann mit der zweiten Tranche noch mal ein bisschen verbilligen kann. Das ist bei Schäffler nicht passiert. Und das seit einem Monat, wie ihr hier seht. Wartestellung. Manchmal muss man einfach abwarten. So, dann Unilever ist für mich auch ein Wert, wo ich einfach nur abwarte. Auf Monatssicht ging es leider runter von plus 3% runter, jetzt auf wieder minus 0,4%. Sind alles keine großen Bewegungen. Auf Monatssicht ging er mal hoch, dann ging er wieder zurück. Es tut sich nichts. Das sieht auf Wochensicht schlimmer auf, wie es ist. Ich bin jetzt mit 12 Euro im Minus. Wenn es jetzt noch weiter runter geht, ich gehe mal davon aus, der Hauptgrund wird immer noch sein, halt die gestiegenen Kosten für die Produkte, die Unilever einkauft, um ihre Sachen herzustellen, dass da immer noch ein bisschen was eingepreist wird. Man sieht ja auf Jahressicht, sie ist auf einem guten Niveau. Ich warte jetzt ab, bis es noch ein bisschen weiter runter geht und dann werde ich eine Optimierung vornehmen. Höchstwahrscheinlich dann auch mit einer Aufstockung der Position. So, dann haben wir... Mann, wir sind ja schnell. Wir sind ja schon... Ach ja, jetzt sind wir langsam, weil ich die Aktie nicht finde. Verweisen. So, hier haben wir auch keine relevanten News. Ich mache mal auf Monatssicht. Also wir sehen, wie die Aktie im Monat gelaufen ist. Das sind keine großen Bewegungen. Das ist auch ein Werk, der sehr träge ist, wo sich wenig tut. Mal plus 1%. Jetzt sind wir minus 1,7%. Das ist jetzt keine Sache, wo man irgendwie sich Sorgen machen muss. Ich habe den Rücksetzer. Wie gesagt, es sind keine News rausgekommen. Dementsprechend gehe ich von allgemeinen Marktbewegungen aus. Ich habe einfach mal Bock gehabt und habe die Position jetzt von 15 auf 16 erhöht. Mit einer Optimierung. Manchmal muss man auch mal mit kleinen Schritten vorangehen. So, dann haben wir die normalerweise sehr, sehr, sehr actionreiche Volkswagen. Man sieht ja auch, dass sie von hier oben, hatten wir ja letzte Woche schon gehabt, von immer so zwischen 200 und 210 ist sie gelaufen. Dann ging es runter. Das war ja das Problem mit dem Halbleitermangel. Und jetzt hat sie sich erholt, obwohl sie gemeldet hat, dass sie wegen dem Halbleitermangel die Kurzarbeit um eine weitere Woche verlängert. Ihr seht anhand des Kursverlaufes, auch wenn ich jetzt auf Wochenbasis umschalte, den Markt interessiert das eigentlich jetzt nicht mehr ganz so. Also ich gehe mal davon aus, der Markt würde jetzt nur noch reagieren, wenn bei den nächsten Quartalzahlen wirklich ein Abschwung beim Umsatz und Gewinn gezeigt wird. Ansonsten ist soweit, glaube ich, erstmal alles eingepreist und irgendwann wird es dann bei den Autobauern auch wieder genügend Chips geben und dann kommt ein Nachholeffekt. Und ich gehe einfach mal davon aus, das hat der Markt jetzt mittlerweile auch verstanden, dass da nicht Umsatz für immer weg ist, sondern halt nur verschoben. Und dementsprechend wird die Panik wieder ein bisschen zurückgefahren. Also auch hier weiter abwarten angesagt. So und jetzt kommt eine Sache, die ist lustig. Und da gehen wir mal eben kurz zur Vonovia. Ja, man sieht auf Monatssicht, es sind keine großen Bewegungen. Auf Wochensicht sieht das ein bisschen dramatischer aus. Wir waren ja mal kurz über 60 Euro. Jetzt laufen wir wieder ein bisschen zurück und pendeln uns irgendwo bei 58 Euro ein. Vonovia droht jetzt mit Dividendenstreichung bei der Deutschen Wohnen. Das ist mal ein schlauer Schachzug. Tja, was soll man dazu sagen? Also als Mehrheitsaktionär droht jetzt die Vonovia den deutschen Wohnaktionären, denn sie möchten oder setzen sich dafür ein, dass die Dividende jetzt gestrichen wird, falls die Übernahme nicht zustande kommt. Und dadurch, dass sie ja dann größter Aktionär sind, haben sie ja so einiges an Macht. Und jetzt setzen sie einfach mal den Deutschen Wohnaktionären die Pistole auf ihr Brust und sagen, kommt die Übernahme nicht zustande. Wisst ihr was? Ihr als Deutsche Wohnaktionäre bekommt dann erstmal keine Dividende. Das soll die wohl ein bisschen abschrecken. Na, da wird mal richtig Druck ausgeübt, würde ich mal sagen. Ja, ganz nach dem Motto, gib uns die Aktien, sonst gibt es von uns Stress. Naja, und der Vonovia-Chef betont dann auch noch, dass es jetzt definitiv das letzte Angebot ist. Also auch hier wird wieder Druck ausgeübt. Hier wird auch ganz klargestellt, Jungs, ihr könnt nicht warten, dass die Angebote ein nach dem anderen erhöht werden. Das ist jetzt wirklich das letzte Angebot. Dann auch der Druck mit der Dividende. Also die meinen, das ist jetzt wirklich ernst und die wollen das Ding über die Bühne kriegen. Ja, Abwarten angesagt. Es gab dann auch eine Meldung. Ja, achso, ja übrigens, die Übernahme endet am 20. September. Ich glaube um 12 Uhr oder so. Also bis dahin muss man sich jetzt gedulden. Und dann hat man hoffentlich Klarheit, ob die Übernahme dann endlich mal vollzogen wird. Dann wäre dann auch wahrscheinlich Ruhe und dann könnte man wieder nach vorne gucken. Dann hat man ja auch feste Preise, die man jetzt einrechnen kann, wie viel halt Vonovia für die Deutsche Wohnen bezahlen kann. Ja, nach dem aktuellen Stand würde ich mal sagen, das Ding geht mal langsam über die Bühne. Weil wenn man so Druck ausübt und dann auch noch wirklich definitiv die Aussage erteilt, dann ist das letzte Mal, dass ihr von uns das Geld bekommt. Ja, gehe ich mal davon aus, dass sich doch jetzt so einige deutsche Wohnaktionäre dazu entschließen werden, das Angebot anzunehmen. Was man davon hält, von dieser Methode, ist wieder eine andere Sache. Vonovia macht auf jeden Fall auch, ja, gibt auch weiter Gas in diese Richtung, denn sie platzieren eine Anleihe über mehrere Milliarden Euro. Und, ja, durchschnittliche Verzinsung liegt bei 0,49%. Was natürlich ein sehr guter Betrag ist. Also da bauen sie die Cashbestände jetzt auch ein bisschen auf. Wahrscheinlich, weil sie wirklich auch damit rechnen, dass die Übernahme jetzt vollzogen wird. So, wir halten die Füße still und gehen dann weiter zu die Xiaomi. Da haben wir sie doch. So, auf Wochensicht ist das natürlich eine Sache, ja, ich mach mal kurz auf Monatssicht, damit man das Elend auch mal sieht. Dieses Hoch und dann wieder China, runter, dann wieder hoch und wieder runter. Ja, auf Wochensicht haben wir immerhin noch ein Plus von 1%. In der Spitze 7%. Ja, dann ging es runter. Es gibt eigentlich wenig Meldungen, warum es runter geht, weil Xiaomi hat Quartalszeigen gemeldet und die sahen richtig gut aus. Das EPS wurde auf 0,323 Yuan beziffert. Im Vorjahr waren es 0,14, also gut verdreifacht. Ja, und das ist schon mal, ich sag mal, ein ganz klares, gutes Zeichen. Die Geschäfte, die laufen wirklich gut. Der Umsatz wurde auch gegenüber dem Vorjahr um 63,98% gesteigert. Die Werte wünschten sich so manche deutschen Hersteller auch. Der Umsatz lag damit dann bei 87,79 Milliarden Yuan. Im Vorjahr waren es, ja, 53,54 Milliarden. Also, das ist absolut top. Die Analysten waren von einem Gewinn pro Aktie von 0,221 Yuan ausgegangen und einem Umsatz von 84,46 Milliarden Yuan. Tja, würde sagen, Gewinnschätzung total zerstört von den Analysten. Absoluter Topwert. Und der Umsatz wurde ebenfalls übertroffen. So, dann sind wir durch. So fix ging das. Hat man doch fast gar nicht gespürt. So, ich glaube, das dürfte erst einmal reichen. Ich zeige euch dann jetzt noch schnell meine Datenblätter, denn das Depot zeigt ja nur den aktuellen Stand, nicht aber, ja, was ich getan habe und wie die Auswirkungen sind. Man sieht bei Trade Republic zum Beispiel nicht, wie viele Dividende ich bei einem Wert bekommen habe und auch meine Optimierungen werden hier nicht eingerechnet. Ich schalte mal auf die Datenblätter um, damit ihr genau versteht, was ich meine. So, dann sind wir als erstes hier bei den gekauften Werten. Da können wir aber relativ schnell durchschalten, weil das sehen wir ja auf der anderen Seite auch viel besser. So, gucken wir uns einmal schnell die Watchlist an. Hier haben wir jetzt alle Werte, die ich noch weiter beobachte, um zu einem günstigen Zeitpunkt zuzuschlagen. Hier links sehen wir dann auch die aktuellen Preise und hier die Preise zu dem Zeitpunkt, wo ich die Analyse gemacht habe. Wir sehen jetzt, dass bei der Adidas das schön runterging. Mittlerweile schon 10 Euro tiefer. Bei BYD sind wir ungefähr noch auf dem gleichen Niveau. Bei Coca-Cola sind wir jetzt auch schon leicht runter. Sollen wir mal ruhig ein bisschen weiter nach unten gehen. Dann könnte ich hier auch mal zuschlagen, würde ich gerne machen. Fraport ist ein bisschen hochgegangen. Henkel bewegt sich auch schön nach unten. Da bin ich auch schon leicht am Zucken, ob ich da mal langsam zuschlage. Hornbach ist auch schön nach unten gelaufen. Auch das wird langsam interessant. Medical Property Trust ist auch nach unten gelaufen. Also es bewegt sich vieles in die richtige Richtung. Genauso wie die Microsoft, was mich natürlich sehr freut, weil ich hier sehr, sehr gerne rein möchte. Aber das ist noch ein bisschen entfernt von dem Niveau, wo ich mir das vorstellen könnte. Northrop Grumman ist auch runter. Ja, ein Ticken ist ja auch erst, ja, wird es erst getestet worden. Paradox runter. Sony ist leider raufgelaufen, aber sie kommt mittlerweile auch ein bisschen runter. Da habe ich auch noch die Hoffnung, dass es noch weiter runter geht. Ich hoffe, dass ich auch hier reinkomme. Dann hätte ich auch zumindest mal einen Japan-Titel bei mir im Depot. Stellantis ist auch schön runter. Tesla hoch. Gut, ist halt so. Kann nicht alles nach unten gehen. Warta runter. Und Zalando ist ein bisschen hochgelaufen. Also man sieht, es gibt so einige Werte. Das ist gut gewesen, dass sie auf der Watchlist gelandet sind, weil ich da eventuell noch günstiger reinkommen kann. Kommt mir natürlich entgegen. Ich zeige mal unten noch eben kurz die Liste von den Werten, die ich jetzt nicht mehr kaufe, beziehungsweise auch nicht mehr näher beobachte. Nur damit ihr es nochmal gesehen habt. Dann schalte ich Nell um auf die wichtigste Seite. Hier oben haben wir natürlich den DAX von Freitagabend mit 15.851. Damit liegt der 1,49% höher wie zu dem Zeitpunkt, wo ich das Depot eröffnet habe. Ansonsten habe ich hier die Einzahlung von 1.000 Euro. Das wird sich dann nächste Woche, gehe ich mal von aus, ändern. Aktuell sehen wir hier halt noch meinen Geldbetrag, den ich auf dem Konto habe. Das sind jetzt mittlerweile nur 43%. Da wird allerdings ja die Schippe nochmal drauf kommen, die ich nächste Woche dann halt überweise. Ja, insgesamt ist das Depot mit 0,42% im Plus. Natürlich darf man jetzt nicht den direkten Vergleich zu dem Wert vom DAX nehmen, weil ich ja bei 15.619 gestartet habe. Das heißt, da waren auch gar keine Aktien im Depot drin. Die kamen ja peu a peu und teilweise habe ich die auch ja erst gekauft auf dem Niveau, wie der DAX aktuell steht oder sogar zu noch höheren DAX-Ständen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass ich noch nicht mal mit der meisten Summe drin bin. Also ich war ja bis vor ein paar Tagen noch mit der Hälfte im Geld. Also das darf man noch nicht alles so ernst nehmen. So, dann scrolle ich mal runter. Das ist jetzt die Tabelle mit den Werten, die im Depot liegen. Hier haben wir dann die Anzahl, hier haben wir den aktuellen Kurs, den aktuellen Betrag, den aktuellen Gewinn und Verlust, so wie er bei Trade Reprodukt drin steht. Da bin ich mittlerweile mit 507 Euro im Plus, was 3,43% entspricht. Ja, hier sehen wir dann meine aktuellen Einkaufsbeträge, hier die Gesamteinkaufssumme und dann hier die Gewinne und Verluste, die ich realisiert habe, sind natürlich jetzt am Anfang alle noch im Negativen, weil ich durch die Optimierung ja versuche, die Einkaufskurse so weit wie möglich runterzudrücken. Das wird sich mit der Zeit, mit den Monaten und Jahren natürlich komplett ändern. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. So, und hier haben wir dann die wirklichen realen Gewinne und Verluste. Und da bin ich aktuell mit 0,75% im Plus. So, was hat sich getan? Alles, was sich im Depot verändert hat, habe ich hier dick markiert. Das wäre zum einen hier die AT&T. Da habe ich ja die Aufstockungen gemacht, von 24 auf 28. Damit habe ich den Einstandsbetrag beziehungsweise den Kaufkurs gesenkt von 23,86 auf 23,41. Ist jetzt nicht... Ja, das dickstige Dingeln, aber man muss ja auch mal kleine Schritte gehen. Können ja nicht immer Riesensprünge sein. Dann haben wir als nächstes die BAP Billiton. Die ist ja komplett neu reingekommen. Da habe ich ja mit dem Split-Kauf die erste Position aufgebaut. Ja, ist ja alles noch sehr frisch. Dementsprechend hat sich hier auch noch nichts getan. Als nächstes die Merck & Co. Da habe ich ja meinen ersten Split-Kauf gemacht und dann anschließend die Optimierung inklusive der Aufstockung zu meinem vollen Einkaufsbetrag beziehungsweise Einkaufsstand, so wie ich das in der Analyse auch geschrieben habe. Ich bin jetzt mit 10 Aktien drin und dementsprechend starte ich jetzt erstmal mit der Merck & Co. Das alles mit den Split-Käufen ist ja alles nur ein Vorgeplinkel. Ja, dann haben wir ja noch die Ping-An-Insuance. Auch da bin ich jetzt mit meinem Einstandswert durch den zweiten Split-Kauf drin. Da konnte ich jetzt nochmal den Einkaufsbetrag von 7,33 Euro auf 6,97 Euro drücken. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Und als letztes die Verizon. Die habe ich hier mit 16. Vorher waren es 15 gewesen. Das war natürlich... Da hatte ich einfach Bock drauf gehabt. Nimmt das nicht so ernst. Ich habe jetzt auf jeden Fall anstatt einen Einkaufskurs mit 47,54 Euro nur noch 46,57 Euro. Also 1 Euro ungefähr weniger. Ja, so sieht das Depot halt aus. Dividenden gab es keine. Und das sollte dann eigentlich erstmal reichen. Ich kann jetzt noch einmal kurz das Ranking zeigen. Ich scrolle mal einfach ganz runter, damit ihr alle Werte seht. Alles andere habe ich ja immer auch bei den Analysevideos dann gesagt, wenn wir halt die neuen Werte eingepflegt haben. So, dann scrolle ich noch einmal hoch. Und das war's dann. Okay, dann seid ihr jetzt auf dem neuesten Stand. Reicht auch für heute. Ihr wisst nun, wie mein Depot aussieht und was sich bis jetzt getan hat. Alle weiteren Veränderungen und meine Handlungen werde ich dann in den nächsten Depot-Update-Videos erläutern. Ich weise nur noch mal darauf hin. Es geht mir nicht um den kurzfristigen Erfolg. Ich bin kein Daytrader, sondern ein aktiver Langfristanleger. Für mich ist wichtig, was nach Jahren bei meinem Depot rauskommt. Ob ich jetzt besser oder schlechter als der Markt oder irgendein anderer Trader bin, ist für mich absolut nicht wichtig. So, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ach ja, es wäre natürlich toll, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Damit würdet ihr mir helfen, den Kanal etwas bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, soll ja vorkommen, dann macht das auch, damit ihr keine Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke. 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 Danke.